Mir ist langweilig. Okay, dann erzähl ich dir jetzt nen Witz. Treffen sich zwei Päpste. Hm, versteh ich nicht. Dann eben noch einen. Was hat 19 Beine und 23 Zähne? Hm, eine Giraffe? Nein, eine Polonaise im Altenheim. Ne? Versteh ich auch nicht. Hm. Ich zeige Ihnen heute, wie Tupperware hergestellt wird und wie Sie Restmüll korrekt von Biomüll trennen. Mann, Louis, wir schauen schon sechs Stunden Fernsehen. Das ist total langweilig. Wollen wir nicht mal rausgehen? Oh Mann, jetzt wird's doch gerade so spannend. Rausgehen ist außerdem nur was für Leute, die gerne rausgehen. Und außerdem können dir schlimme Dinge da draußen passieren. Jährlich passieren 2,7 Millionen Unfälle im Haushalt und davon sind rund 6.000 tödlich. Okay, gehen wir raus. Siehst du, die frische Luft tut uns richtig gut. Und was machen wir jetzt? Gehen wir einfach ein Stück spazieren. Hilf mir, Louis! Ist ja nicht so, als ob ich dich nicht gewarnt hätte. Hilfe! La la la. Ah! Oh, das sieht schmerzhaft aus. Du hast ein mega cooles Abstand-Video. Schalala, la la la, la la, la la, 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 la